hallo und jetzt willkommen zu einer folge miscreated ja hallo erst mal da ist der wir sind hier ganz fett bei feinen wo waren wir sultan sultan du warst hier schon in sultan unterwegs ne hast du aber nichts dickes gefunden oder ich hab mich komplett gedootet nur ein bisschen ja ich bin von kein christ irgendwie hierher gelaufen und habe wenigstens eine schotty aber ohne muni gefunden also auch nichts dickes hier gewesen wir haben ja auch allein zehn jahre gebaut um uns zu finden ja es dauert halt immer du bist auch am meer gespawnt hast du hier drinnen schon da war nichts kann auch sein dass das nachgespawnt ist schauen wir mal ich habe auch schon einen feindlichen spieler gesehen naja er gesagt er war freundlich der hat mir hallo gesagt und dann ist einfach weitergezogen also gerade eben warst du für mich noch unsichtbar ja wir hatten einen kleinen back gerade eben stand ich vor ihm und er sagt ich sehe dich nicht ich sehe ich war der richtige geist auch hier ist ein roten apple nehme ich nicht mit dem dreck was machst du da wo ist denn hier die stadt sag mal das ist das hier schon alles wie das war es die ist nicht so groß ach quatsch kommen wir nicht mal drüber alter du kommst du drüber nicht nicht ich bin halt besser in sport als du ich hab den sport in eins ey so mal gucken was geht hier ab ja also ich habe hier schuhe gefunden ok ich gehe mal ins andere haus rein ach so unser server ist auch ein deutscher server ne ja aber wir sagen natürlich nicht welcher das top secret aber mich mich fackt das letzte zeit immer noch ab mit dem scheiß spiel das ist abkackt ach bei dir ne ja das nervt mich so buggy noch in welchem haus bist du welche farbe hat er das gegenüber das gelbe wenn du raus gehst ja drück gegenüber ok hier gehe ich in das andere das ist rechts von dir wenn du raus gehst ok get peace get peace ja get peace aber noch nichts irgendwie milliweppen mäßiges für dich du brauchst ja auch mal ne milliweppen ich hab bis jetzt immer noch keine gefunden bandagen gerade gefunden und hier sind noch mal schuhe aber schuhe sind nutzlos gerade könnte mir mal so ne waffe geben ey ja ne halt schon ausschauen ich bin kanister diesel ja ich glaube in autofahren aber da braucht man auch vier räder ne das ist ganz schön heavy nicht ja vier räder ne car batterie und was war das noch spark plugs ne ja und ja öl glaube ich auch oder noch so ein gedöns bauen wir auch noch hab jetzt vergessen wie das heißt irgendwas mit elektronik ach ja auf jeden oh ich hab hier tomatenjuice aber auf jeden fall nur trinken und essen sowas findet man hier zuhauf und sonst so kleidung und waffen ist relativ ganz schön doll rare ne ja aber ich mein umso besser für uns weil wenn jetzt neue spielereien kommen würden sag ich mal oh was mach ich denn da haben die es auf jeden fall schwerer neue sachen zu finden und um zu morgsen mhm da hätte ich gar keine lust drauf also wir beide sind ja auch feindlich gesinnt gegenüber den anderen spielern denk ich mal wir wollen hier keine freundschaften schließen nö ich glaub ich werd dein eiskalt sein naja wir kennts wir kennts ja oft genug wir haben ja auch dayz gespielt warz gespielt was haben wir noch gespielt was sowas angeht uff ich weiß gar nicht was wir noch gespielt haben fängt mir jetzt im Moment nicht ein na mir auch nicht auf jeden fall haben wir die beiden dinge ordentlich durchgezucht gesuchtet ne eigentlich ja kann man das schon so sagen und bei den dingern war es immer so wenn du einen gesehen hast der wurde sofort ungemorgst am besten get pierce also ich hab wirklich viel zu viel essen und trinken hier ok aber es ist wirklich sehr sehr rar wir sollten auf jeden fall aber ich weiß nicht ob es auf diesem mannserver wirklich so schlau ist zum erding zu gehen zum erfield oder bist du grad an die kirche vorbeigelaufen nein 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 wo ist die kirche wo ist die kirche da ist einer mit der tarnrüstung ich habe sogar noch eine ak ich bin von der straße du hörst du wo bist du wo bist du wo ist die kirche wo ist die kirche du sagst du bist einer kirche nicht Was? Dein Ernst? Johnny, wo bist du? Wo bist du? Du musst mir sagen, wo du bist. Ich bin jetzt bei dem gelben Haus, wo du warst. Hast du zufällig ein paar Nägel gefunden? Nee, leider nicht, Mann. Wie kann man reden? Hab ich geredet? Ja, wie kann man reden? Aber vielleicht braucht ihr irgendwas, was ich hab. Weißt du, wie du sprechen kannst? Was? Nee, ich weiß nicht, wo du sprechen kannst. Weißt du, wo du sprechen kannst? Fragt er. Warte, schreib mal. Hallo. Keine Angst. Mit Caps Lock. Caps Lock, wo? Achso, jetzt? Hallo? Ja, hallo. Ich hör dich. Hey, seid ihr freundlich, ja? Hi. Ja, wir sind freundlich. Ihr zwei auch? Ja, ja, wir sind auf der Suche nach irgendetwas. Habt ihr zufällig Nägel gefunden? Nee, leider gar nicht. Ihr braucht keine Angst haben, ich hab, die ist leer hier, meine PumpGum. Ja, aber wir sind auf der Suche nach Nägeln. Achso. Nägeln? Wozu braucht man die eigentlich? Wenn du ne Base bauen willst, brauchst du erstmal Nägel, damit du ein Schild bauen kannst. Achso, ihr wollt ne eigene Base denn bauen, ne? Ja, genau. Okay. Das ist cool, das ist cool. Ja, wenn wir mit der Umgebung noch bleiben, können wir uns Bescheid sagen, wenn wir was finden. Ja, genau. Falls wir Nägel finden, wir schreien. Ja, okay. Das klingt doch ganz gut. Okay. Also dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass wir vor euch keine Angst haben müssen. Nee, 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 nee. Okay, das ist schon mal cool. Wir sind ganz friedlich hier. Das ist schon mal cool. Wisst ihr, ob man in Sultan was finden kann? Ähm, also hier vorne gibt's einen Supermarkt. Mal schauen. Des Weiteren gibt's noch zwei Tankstellen in Sultan. Okay, okay. Ansonsten gibt's hier nur diese Wohnhäuser. Sonst ist nichts hier, ne? Okay. Pinecrest ist nicht weit von hier. Äh, wo muss man denn da lang? Die Straße hier. Ja. Okay. Äh, und dann nach rechts. Okay. Dankeschön, Leute. Da hast du schon, äh, entweder läufst du vorne an der Tankstelle bei der Kursung nach rechts, dann kommst du nach Pinecrest. Läufst nach links Richtung Woodhaven. Das ist unter anderem die Tankstelle. Und Woodhaven ist auch gut? Woodhaven ist auch okay. Okay. Na, dann gucken wir alles nacheinander mal ab. Alles klar. Falls wir euch nochmal sehen, dann haben wir vielleicht Nägel dabei oder so. Ja, das wär cool. Das wär echt cool. Dann haut rein, ihr beiden. Danke, dass ihr so nett wart. Die Häuser durch. Ja. Ciao. 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 Ciao, ciao. Die waren auf jeden Fall sehr nett. Ja, das kann man schon machen. So was bin ich gar nicht gewohnt. Aber das kann sich schon anders entwickeln. Ja, ähm, Pascal, was ist mit dem eiskalt sein? Ja, wie, was eiskalt, mit, 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 was soll ich die bitte töten? Warum? Ich hab da eine Spitzhacke. Ja. Nee, nee, nee. Der eine hatte gerade, ich glaube, eine Pistole in der Hand oder so, ne? Ich glaub, der andere hatte keine Mulsion wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Okay, du gehst in das Haus, ne? Ich geh in das da rüber in so ein Blaues. Ich hab letztens hier noch viele Nägel gefunden gehabt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wo wir schon mal angespielt hatten, ne? Da haben wir auch Nägel gefunden gehabt. Stimmt. Oh, ich hab hier weiße Handschuhe. Cool. Zieh ich gleich auf. Get Wanderer Pants. Okay, hier ist nichts weiter. Aber ich muss sagen, die waren wirklich sehr nett. Ja, die haben zuerst mit mir auf Englisch geredet. Hello. Hast du Angst gehabt? Nee. Ich hab ja gesagt, das sind wildschöne. Du hast gesagt, das bist du nicht. Nee, nee, das bin ich ja wirklich nicht gewesen. Aber ich hab euch gefunden, ne? Ja. Bin so durchgelaufen, hab ich euch gefunden. Also, man sieht's. Im Misscreated gibt es noch nette Leute. Noch, jedenfalls. Ja, wir wissen nicht, wie die im Test geredet haben. Ja, das stimmt. Das stimmt jedenfalls. Oh, Johnny, jetzt bist du hier, ne? Rechts? Ja. Auf deiner Straßenseite. Okay. Ich muss nachfragen. Weißt du, das müsst ihr im Video sehen. Und, statt ich so grüßt, habe ich Mittelfinger gezahlt. Jetzt wirklich? Ja, ich will. So, ich erst gleich die Mittelfinger halten. Du weißt aber, dass das nicht gesund ist, oder? Ja. Ich seh nur so, Alter. Ich wollte eigentlich F3 drücken. Was ist das? Ich drück F4. Oha. Johnny, 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 komm her. Johnny. Ja, warte. Komm her, hier in das Haus, wo ich drin war. Auf der anderen Seite. Hier ist ne Pumpgun für dich. Okay. Aber keine Munition, ne? Nee, keine Muni. Nur ein Bullet hab ich gefunden, du. Wo bist du denn drin? Warte, warte, ich komm mal raus. Ich komm mal raus. So, ich steh davor. Okay. Da. Komm rin hier. Hier gleich rechts. Und dann hier das erste. Da hinten links in der Ecke. Da. Hinten. Genau. Hast du? Liegt mir ne Shotgun. Ja, Alter, bist du blind? Hier. Liegt keine. Johnny, hier. Da. Da am Boden. Ja, Mann. Ist da was drin? Nee, ist keine Munition drin. Sonst hätte ich längst auf sich geschossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab ein Bandage gefunden. Jetzt hab ich zwei. Kann man die stacken? Ja. Sehr gut. Ja. Nice. Das ist cool. Pascal. Ja. Ich hab ein Rucke gefunden. Was? Ich hab ein Rucke. Ah, Rucksack. Ja, Mann. Ich hab ein Rucke. Warum findest du alles denn? Ich find nur ein Riss. Hack on, sag ich dir. Hack on. Glaub ich dir. Nee, nee, nee. Guck mal, der sieht so aus wie dem Military Mark von Warzett. Wo bist du? Ich bin draußen. In welchem bist du nicht, dass ich da auch reingehe. Eckhaus. Eckhaus? Eckhaus. Keine Ahnung, Alter. Ich hab Wodka gefunden. Wodka Gorbatschow. Wie gehen wir das nochmal? Das ist Wodkas reine Seele. Ja. Ich geh auch in ein Haus rein. Nicht erschrecken. Okay, hier ist nix. Also, falls du irgendwas findest, was du nicht aufheben kannst, ich nehm erstmal alles von uns beide mit. Ja. Wo ist der Ausgang? Die Kamerasicht ist manchmal beschissen, ey. Manchmal schon, ne? Kann es sein, dass es gleich dunkel wird oder bald? Ja. Da bist du, ne? Guck, guck dir die Military an, Alter. Ja, ja. Das ist gut. Nicht mehr diesen E-Spec-Rucksack. Ja, ja. Der E-Spec-Rucksack war ja wirklich. Ich glaub, der hat auch mehr Fächer. Glaube ich zu meinen. Du. Ja? Ja. Ich glaube, der hat wirklich mehr Fächer. Ja. Ich glaube, Nägel, die findet man auch sehr schnell nicht. Könnte sein. Doch. Also, ich hab, wenn wir uns suchen wollten, hab ich davon reichlich gefunden, Packungen an Nägeln. Hier ist noch ein, äh, Motorradhelm. Ich nehm ihn dir mit. Ne? Brauchst du einen? Der, der, der Helm von den Typen war geil. Das war so ein Soldatenhelm. Ein Soldatenhelm aufgehakt? Ja. So einen wichtigen? Ja. Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, du. Hier liegt wieder ein Skelett. Ich glaub, die haben hier aber auch noch nicht alles durchlootet gehabt, ne? Ne. Das fand ich ganz geil, eigentlich. Und ich glaub, dann müssten die eine Umgebung gebaut haben. Ja, ne? Die haben hier irgendwo... Aber du, wo ich, ähm, nach Sultan reingekommen bin, ne? Ja. Auf der rechten Seite war ein großes Gemäuer, selbst gebaut. Ich weiß aber nicht, ob denen das gehört. Als ich zu dir gekommen bin, weißt du? Ja, ja. Da stand, da stand wirklich ein großes Ding. Ich weiß aber nicht, ob dir das gehört. Okay, hier war nichts drin, ne? In dem Scheißhaus. Ne? Einfach mal gar nichts. Wo bist du? Bin wieder im Haus reingang. In so einem weißen? Weiß ich nicht. So einem braunen ist, glaub ich. Okay, ich geh mal zu so einem blauen. Ich hab's jetzt nicht schon draußen drauf geachtet. Man merkt aber schon, dass es langsam dunkel wird. Ja, ja. Es wird gleich richtig, richtig dunkel. Haben wir die Aufnahme eigentlich relativ spät am Tag begonnen, ne? Glaub ich. Sonst ist es länger hell. Ja, alles gut. Ich nehm auch viel Essen und Trinken mit für uns beide, ne? Jo. Mach das. Eigentlich ganz gut für uns beide, so. Was ist das? Ich hab ein Medical Guide. Used for Crafting. Das ist doch für... Oh, ich hab ein Craft Rezept. Ich hab ein Craft Rezept gelernt, irgendwie. Soll ich mal gucken? Bei Medical. Antiseptic Bandage, Antibiotic Bandage. Du. Okay. Hast du Rubbing Alkohol? Ne. Schade. Mit dem könnten wir uns ein viel besseres Bandage bauen. What? Ich finde auf einmal Rubbing Alkohol. Nice. Ich werde es mal craften. Mein erstes Item hier, was ich gecraftet habe. Antiseptic Bandage. Genau. Hab ich. Cool. Das hielt wohl besser. Naja, warum nicht, ne? Ja, ist so. So, hier ist noch so eine Querstraße. Ich weiß gar nicht, ob die hier gelootet haben. Ich gehe jetzt einfach mal rin und loote. Wo wollen wir uns nachher treffen? Müssen wir noch gucken. Bis dem sinken wir an der Tankstelle. Ja, denke ich auch. Treffen wir uns dann. Du musst auf jeden Fall auch einen Rucksack finden, Johnny. Oh. Energy Drink, Pepsi, Wasserbottle. Alter, alles voll hier, Mann. Im Kühlschrank gerade. Der Kühlschrank war voll. Also, für die Verhältnisse hier war er voll. Okay, langsam wird es echt schweinemäßig dunkel. Ich hoffe, YouTube überträgt es gut. Ja, ist ja so. YouTube ist immer ein Stückchen dunkler, ne? Ja. Das ist blöde. Was haben wir hier? Die Matratze. Aber sonst nix. Weißt du, Essen ist hier voll, aber sonst nix. Naja, man sollte sie nicht beschweren, ne? Ne. Johnny, ich habe noch einen Helm für dich, ne? Ja, ja. Ne, ich habe schon ein Dings an. So ein Karbo-Helm. Ach, hast du schon? Ja. Ich höre Schritte, Johnny. Bist du das? Ja, ich bin im Nebenhaus reingegangen. In den Neben? Ja. Okay. Dann schmeiße ich den anderen Helm weg, oder was? Ja, ja. Ich nehme die Karbo-Mitte. Okay. Brauchen wir den Helm nicht. Mehr Platz ist besser dran. Oh, ich habe einen Survival-Knife gefunden, du. Brauchst du sowas? Ich habe noch keine Milliberp. Ja, zum Milliberp. Genau. Du hast ja noch keine. Dann gebe ich dir die. Oder das. Survival-Knife. Ich finde irgendwie so eine Bullshit, ja. Es ist aber voll schwer, auf was zu finden, ey. Du musst in alle Ecken gucken, hier. So, wenn wir uns treffen, du, gebe ich dir. Hier, Johnny. Komm her. Das bist du doch, ne? Ja. Ja. Warte mal, was gebe ich dir denn jetzt alles? Was willst du? Also, deine Mini-Dings, ne? Warte. Ja. Hier. Was? Hast? Da unten müsste es liegen. Ja. Super. Ich dachte schon, das bugt jetzt da drin oder so. Ich glaube, das hat man auch mal in einem Spiel. Ne, da war ich auch noch nicht. Geh in den gegenüber hier rein. Da steht so sehr einladend, get out of here. Wodka, Mini-Bottle. Sehr gut. Wodka ist immer gut. Kann man das eigentlich auch als Dings benutzen, als Alkohol? Noch ein Bandage. Könnte gut sein. Wie soll die scheiß Bandages decken? Das macht er automatisch nicht. Was ist das? Pascal? Ich weiß das, was ich gefunden habe. Ich habe auch was. Nein. Ten Round 75 ACP. Was ist das? Das ist eine Camo-Netting. Ach so, das ist ein... Kann man das um ein Gebäude oder so liegen? Ja, 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 genau. Dann ist es nicht mehr... Dann ist es ein bisschen getarnt, er weiß. Okay. Das ist so eine Art Tarnungsnetz. Schon ganz geil. Brauchen wir nicht, oder? Soll ich das mitnehmen? Dann kannst du machen, wenn ich... Naja, sonst... Nee. Ach, wir müssen eh noch so viel Zeug finden. Da hat das erstmal gar keinen Platz, glaube ich. Erstmal schön... Waffen und so suchen, nicht? Nein. Erstmal Waffen und so suchen. Und dann am besten irgendwelche Leute raiden, nicht? Stimmt. Macht eh mehr Sinn. Das macht auch mehr Spaß. Aber wir müssen irgendwann auch eine eigene Dings bauen. Gebäude, ne? Ja. So wie die anderen beiden. So weiß, schön schildig. Können wir auch machen. Also Leute, es kommt noch einiges auf euch zu. Aber ich muss sagen, es hat sich trotzdem einigermaßen ein bisschen was verändert seit dem letzten Mal, wo ich das gespielt habe. Finde ich. Ich finde leichter Loot jedenfalls. Ich. Get Bandage. Also in den Gebäuden ist es auf jeden Fall dunkel. Wenn du rausgehst, ist es eigentlich noch hell. Ja, schlimm, ne? Ja. Im Gebäude ist echt ganz schön krass dunkel. Was? Black Combat Boots? Was meinst du? Sind die besser als die normalen? Keine Ahnung. Wo sollen wir denn eigentlich gleich hingehen? Woodhaven oder das andere? Ich sag mal bei ähm wie hieß das nochmal? Das andere? Pinecrest oder so. Ja. Da habe ich doch meine Dings gefunden. Da habe ich aber nicht viel gesucht. Du. Okay. Wollen wir da nochmal suchen gehen? Ja. Ich bin jetzt an der Tankstation fertig. Okay. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Habe ich jetzt alles hier? Ich glaube hier war ich überall schon. Warte Johnny, nur noch eine Stage. Dann bin ich fertig. Ja. Was ist hier? Ist hier was? Weißt du, so ein Dachboden voll groß und das gar nichts. Das ist wirklich ganz schön düster hier im Haus. Mhm. So. Hier lang, da lang. So. Wo geht man denn hier zur Tankstelle? Das ist hier dunkel drin. So, ich gehe jetzt zur Tankstelle. Ich suche sie mal. Ja. War man da lang nicht. Da lang, ne? Ja. Ich glaube. Ich glaube. Weiß gar nicht. Wo das jetzt genau war. Ich glaube immer geradeaus. Ich kann auch nicht komplett nach hinten schauen. Ne. Nur so. Das ist eigentlich doch ganz groß, nicht? So viele Kleinhäuser sind hier. Ja. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Du. Wie? Naja, hier ist keine Tankstelle. Warte mal. Ich bin in der Tankstelle auf jeden Fall drin. Okay. Ich war doch bei dir in der Nähe, nicht? Ja. Warte. Dann müsste doch hier irgendwo die Tankstelle sein. Ah, da hinten. Ich bin bei der Kirche, du. Weißt du, wie man von der Kirche da hinkommt? Da musst du, äh, weißt du es nicht, wenn du, wenn du zur Kirche guckst, rechts lang. Wenn ich zur Kirche gucke, rechts lang, okay. Ah, links ist die, ist die Brücke. Ja. Okay. Dann rechts. In der Kirche war ja nichts, ne? Nee, also ich hab da nur noch nie was gefunden. Aber Hauptsache, der eine hatte eine AK. Ja. Aber die waren richtig, richtig nett. Fand ich gut. Uh, so. Achso, Johnny, hab ich dir schon erzählt, ich hab einen Schuss für meine Pumpgun, ne? Also, falls es drauf ankommt. Lol, bist du das? Ja. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich hab grad voll gerade ausgeguckt. Ich hab eine Maske an. Warte mal. Warte. So, jetzt zeig mal. Lol, eine Jason Mask? Ja, sowas ähnliches. Klaas. Klaas. Geil. Hauptsache etwas, nicht? Ja. Dann lass uns mal weiter. Das war, glaube ich, linksland jetzt, ne? Ja. Ja, dann lass gleich hier, hier so rein. Hier kommt ja eh gleich die Straße. Hm. Ja, aber da können wir uns jetzt entscheiden, Johnny, zwischen Air Gedöns und Frosty Gedöns. Weißt du, was ich mein? Okay. Wie hieß das jetzt nochmal? Airport oder was? Ja, Airport und Frost, 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 Fries, Frost. Ach, du weißt, was ich mein. Frosty Pints, Ja, ja. Sowas in der Art. Die Insider wüssten jetzt, was wir meinen, Ja. Was it? Gott, oh Gott. Ah, da vorne ist die Baute, siehst du das? Das könnte von denen sein. Nicht? Hab ich mir so gedacht, das könnte doch von denen sein, nicht? Hallo, hallo. Hallo. Nee, hallo. Hallo. Ist keiner. Einer da? Huch. Irgendwie hab ich, wenn ich Cap Lock drücke, Lex. Ich auch, ich bin gerade auf Desktop gekommen. Jetzt bin ich wieder da. So. Habt man mich überhaupt im Spiel gehört? Ja, klar. Habt man mich auch gehört? Du müsstest mich dann ja doppelt hören, ne? Ja, hallo, hallo. Hatt's so gemacht. Guck, dieses Pine Creased, siehste? Pine Creased. Da war ich. Lass hin da. Ist das denn deutlich, wenn ich rede? Ja, doch. Alter, diese, wenn die Sonne so in die Fresse kommt, Alter, du siehst fast gar nichts mehr. Ja, auf jeden. Hast du auch so einen Charakter, Blumen oder sowas in der Art? Blumen? Ja, so ein, so ein Scheinen so, so ein Drumherum Scheinen um den Charakter? Ne, das hab ich nicht. Ne. Musst du mal an meine Aufnahme gucken, man sieht's auf jeden Fall. Okay. Vielleicht liegt das auch an den Grafikeinstellungen, ich hab keine Ahnung. War die Stadt weit von ihr weg? Nein, so weit noch nicht. Oder, oder ist sie hier links hinterm Wald? Ne, 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 muss schon ein bisschen weiter. Also da hinten kommt gleich eine Kreuzung. Hm. Na, eine halbe Kreuzung, so gesagt, eine Abzweigung nach links. Guck, siehst du da auf der, auf der Dings, auf der Tafel? Pine Creased. Genau. Und geradeaus ist das Airfield. Ja. Da können wir dann hoffentlich nachher hin. Hoffentlich. Ich weiß mal, wo ist heaven dann? Ja, ja, wo heaven ist jetzt egal. Das war ja bei Sultan da, ne? Ja, hinter, hinter. Aber ich find's gut, wir haben uns langsam so eingelebt mit dem, äh, Richtungen und so. Wir wissen jetzt so ein bisschen, wo was ist. Obwohl der Typ eben gesagt hat, da wär's auch gut. Ja, stimmt. Stimmt. Er meint ja mit Feuerwehrstationen und so, ne? Hat er gesagt? Kannst was essen. Macht es. Oh ja, ich auch. Wenn du was brauchst, sagt Bescheid, ne? Ja. Hast du noch was zu essen? Klar, warte. Äh, hier, ich dropp dir, Knack. Zwei Dosen hab ich dir gedroppt. Dankeschön. Warte mal, hier, das trinken. sind ein Gehirn. So. Ja, die sind nicht in meinem Inventar dran. Wie? Warte mal. Doch, die müssen, hier liegt nichts. Ne, ich hab nur die Wasserzeile bekommen. Ach, Quatsch. Ah, der hat automatisch gefressen. Der hat's gegessen, ja? Ja, automatisch, direkt. Na ja, Hauptsache, er isst was, Ja. Ja, darauf müssen wir auch achten, ne? Nicht, dass wir hier die ganze Zeit am verhungern sind, oder so. Hm, ich weiß ja nicht, wie es abgibt, wenn du schon verhungern bist, mit deinem Leben. Ich, keine Ahnung, du. Hatte ich bisher noch nie, ähm, weil man hier halt so, so viel Essen findet, finde ich. Hm. Das ist krass. Ich hab keine Ahnung, ob man direkt tot ist. Ja, warte mal, ist da, ist da ein Licht im Wald gerade gewesen? Rechts von uns? Oh. Einer mit der Taschenlampe, oder so? Ich lauf da, kann das Licht doch gar nicht sehen, von der Taschenlampe, oder? Ich weiß das nicht, wenn die einen, warte, wenn die einen genau anschaltet. Warte mal. Sieht man, ne? Ja, Locke, Alter. Über, über lange, glaube ich sogar. Über lange Wege auch, oder? Ja. Ich steck die mal weg. Huch. Ja, kann ja sein, dass die uns nur locken wollen, wenn da einer war. Ja, das stimmt. Weiß man nicht, ne? Ja. Aber sollen sie ruhig kommen? Auf kurzen Distanzen hab ich nämlich die Hosen an. Also jedenfalls bei einem. Oh, guck mal, hier rechts ist noch so eine Baute, du. Wollen wir mal Hallo sagen? Scheiß drauf. Okay, okay. Ja, die sind zu groß aus, die Baute. Wenn die eh irgendwann überfallen. Irgendwann mal, ne? Du? Ja. Wenn wir groß und stark sind. Wenn wir groß und stark sind. Wir brauchen auf jedem... Hast du geredet? NULL! Hey, man. Hey, man. What's up? Nichts. Just checking the airfield right now. Okay, where are you from, man? Germany. Yeah, exactly. Where are you from? Also a world. Yeah. Germany. Germany. Was geht? Alles klar, Mann. Ja. Na, warst du gerade bei Dings oder was? Was ist das? Äh, wie ist das? Panktrain. Panktrain. Gerade ist gespawnt hier. Ach so, gerade ist gespawnt. Mhm. Wieso? Wir haben vorhin auch welche getroffen, in Sultan, da vorne, da, die Richtung so, da. Und die waren ziemlich nett. Also da hinten kannst du auf jeden Fall in Ruhe looten, du. Denke ich. Okay, wie sieht es beim Airfield aus? Ah, beim Airfield, da waren wir noch nicht. Also auf dem Server hier nicht. Wir trauen uns ehrlich gesagt noch nicht. Ja, das denke ich mir halt genauso. Äh, naja, keine Ahnung. Ja, lootet dir erstmal was zusammen und dann, naja, können wir ja, weiß ich nicht, wenn wir uns nochmal treffen, können wir ja zusammen gehen. Wir brauchen auch erstmal Sachen. Ja, auf jeden Fall. Dann haust du hin, wa? Na ja, dann, haust du rein, saust. Ciao. Du, ich dachte mir, ihn jetzt abmuxen ist doch auch widerwältig, nicht? Er hatte nichts. Nö. Nö. Also in Mexiko? Ich dachte mir so, wenn ich jetzt die, wenn ich jetzt die Dings ziehe, so die Schrumpfünde, ah. Wenn wir es jetzt ehrlich hätten, hättest du in Mexiko eine Träne zertobiert bekommen. Eine Kilt, eine Kilträne, ne? Ja. Ja, ja. Also er ist hier gespawnt. Gut, dann gehen wir in die Stadt rein, auf jeden Fall. Blinken da hinten von dem Licht, Alter. Wo? Leute, hier vorne, ne? Ja. Was ist das? Ein Warmblinke. Was heißt? Nett, nett. Ouh, Crash. Warte mal. Ich muss gerade mal schauen. Warte mal, ich schau mal kurz was. Ich schaue, ich schaue, ich schaue. Johnny, wir müssen langsam unsere erste Folge beenden. Ja, wir haben ja noch Zeit. Wir sind jetzt bei der 31. Minute. Ich habe jetzt eine Weste an. Wie, Weste? Wo hast du die hier? Die lag hier rum. Hä? Die lag hier. Wo? Hier. Zeig. Quatsch. Hier lag die. Erzähl kein Scheiß. Die passt mir voll. Die passt echt? Ich brauche auch eine Weste. Mir ist kalt. Sag mal, was soll das? Ich habe eine Weste. Oh. Warte mal, wo gibt es die Taschen am Begel? So. Zwei. Ich kann die Sachen da nicht aufheben. Der will mir die Leather nutzen. Du. Ja? Ja. Ruck-Tack gefunden. Jetzt hat dein Glück, ne? Du? Du? Jetzt habe ich, jetzt habe ich die Hosen an. Die Hosen hat er an. Warte mal, ich versuche gerade den Bug hier zu entgehen. Hast du schon Handschuhe? Nein. Ich gebe dir Handschuhe. Doch, habe ich. Doch, ich habe schwarze. Achso. Schwarze Handschuhe. Ich habe blau oder weiße. Okay. Also mehr ist hier nicht drin mehr in der Tankstelle. Ja, okay, dann gehen wir direkt auf Weiter. Warte, hier ist mein Hinterraum. Guck mal. Ich werde mal das hier... Was meinst du, wie viele Minuten sollen wir noch machen? Ja, lass mal bis 35 machen. Okay. So, können wir die nicht auseinanderreißen? Nee. Gut, okay, weg damit. So, wo bist du, Johnny? Hier. Ah, okay. Ich glaube, ich habe wieder so einen E-Spec-Rucksack an. Sag mal. Ja, den, den ich anhatte mal. Ja. Der ist aber auch nicht schlecht, oder? Nee, der reicht. Aber meiner würde zu dir besser passen und deiner zu mir besser. Egal. Wollen wir tauschen? Okay, da hinten brennt schon Licht, aber das ist das Feuer, ne? Ja. Wollen wir direkt hier die ganzen Häuser da, die Passagen da abgucken? Mhm. Da hinten am Supermarkt sehe ich auf jeden Fall nichts. Hinten rechts ist ein Monster. Echt? Wo? Ja. Hinten rechts, da, da wo ich hingucke. Warte, wo bist du denn? Ja. Ach da. Warte mal. Ich sehe es noch nicht. Das ist viel. Loil, hab ich mich gerade erschrocken. Scheiß Blinker da hinten wieder. Guck, da vorne. Ja. Warte mal. Ich zieh mal lieber meine Pickaxe, wenn das Vieh kommt. Jetzt nicht mehr sprinten. Ist der hier, ja? Da war der. Okay. Hier drin. Okay. Hörst du den? Ja, ich hör den, ich hör den, ich hör den, Scheiß Vieh. Ich bin das, das bist du, ne? Ich bin das, ich bin das, ich bin das, Junge. Alter. Bleib ruhig. Ich hab hier einen Rope gefunden, ganz toll. Und irgend so einen anderen Scheiß. Muss ich gleich mal gucken. Rex. Ich guck mal. Rex. Leute, ich hab ne Dust Mask. Du. Nice. Also das ist so Mundschutz, weißt? Okay. Aber den sieht man durch meinen Helm nicht, das ist voll scheiße. Ich brauch was anderes als den Helm. Meinst du, wir können hier mit Taschenlampe rumrennen? Ich mach's grad. Okay, mach ich auch. Ich muss wenigstens etwas sehen. Jaja. Ich bin jetzt hier in diesem Puppenladen. Okay. Hier ist noch ein, Dingshelm, aber den brauchst du ja nicht, ne? Ja. Ich hab bald mein Cowboy mit zusammen. Okay. Ich werd mal hier sowas hier einsammeln. So ein T-Shirt und so, und das werd ich zerreißen. So Rex sind glaub ich immer ganz gut, oder? Ja. Denk ich mal. Gibt nicht höher. Hier ist nichts. Warte mal. Da war doch grad was mehr. Ich dachte, das ist was. Okay, ich hab ne Jesus Christus-Kette, ein Christenkreuz drauf da gefunden. Ja. Was kann man denn mit nem Pickaxe machen? Could be useful for a melee weapon and collect a rock. Achso, damit kann man auch Stein collecten und so. Und ich hab'n... Ja, warte mal. Cool. Ich hab'n Polizeistock gefunden. Nice. Wenigstens F was, nicht? Ja. So, ich renn' aber weiter mit der Taschenlampe, Johnny. Ich hab'n Taschenlampe da. Ich hab' auch ne Jesus-Kette gefunden. Cool. Wo bist du denn eigentlich? Bist du in dem Haus gegangen, wo man Treppen hochgehen kann? Ne, da war ich dran. Ich bin da gegenüber reingegangen. Ah, okay. Ich hab' Nils gefunden, du. Ich hab' Nils für unsere Johnnies. Jetzt sag' ich schon, unsere Johnnies. Du bist gerade im gegenüberliegenden Haus, ne? Ja, da bin ich gerade rausgegangen. Ich geh' links rein. Ach ja, du bist da schon. Okay. Warst du schon in diesem Supermarkt-ähnlichen Gebäude? Nein. Okay. Ja, ich muss hier auch Licht anmachen, du. Sonst seh' ich nichts. Ja. Drinnen ist es echt krass. Sind wir halt sehr schnell sneakbar, so, ne? Aber egal. Stimmt. Egal. Boah. Auch die Dekoration des Spiels, ne? Haben die echt gut gemacht, oder? Ja. Oh, ein frischer Apfel. Mein erster frischer Apfel des Spiels. Oh. Eine Military-Kantine, du. Soll ich die mitnehmen? Kannst du machen. Ich nehm' einfach alles mit, bis ich voll bin. Boah. Hier ist so viel Essen und Trinken, ne? Wirklich, eine Goldgrube war das gerade. Essen und Trinken mäßig jetzt. Ich hab, ich hab ne Weste für dich gefunden. Ach, Quatsch. Ja, komm mal hier. Wo bist du? Ich hab die grad anprobiert. Mal gucken, ob die mir so passt. Aber ich find die nicht so schön. Egal, egal. Wo bist du denn? Warte. Ich komm mal zu dem Haus, wo ich dich zuletzt gesehen hab. Das war hier. Ich hab Taschenlampfer an. Wo bist du? Ich bin hier mitten auf der Straße. Warte. Jetzt bin ich auch auf der Straße. Ich seh' dich bis links von mir. Hier. Ach da, okay. Was ist das? Wo ist das? Ach da. Oh, eine Weiße. Geht es? Ja. Warte. Ja, es geht, ne? Auf jeden. Na, Hauptsache mehr Platz, nicht? Wo ist das Monster? Wollen wir den weghauen? Ja. Komm her, du. Komm her. Komm her. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Stauen, Stauen. Oh. Hat der was? Nö. Nee. Oh, der hat mich irgendwie runtergehauen. Warte mal, du. Brauchst du irgendwas zu essen oder so? Nee, ne? Nee. Oh Gott. Ich muss grad mal was essen. Damit ich mehr Platz hab in meinen Dings. Warst du hier drüben schon, Johnny? Auf der Seite war ich noch nicht. Okay. Ich mach dann die Seite hier. Okay. Also ich muss sagen, es gefällt mir schon sehr. Sehr, 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 sehr. Also wir fangen sehr gut an, nicht? Johnny? Das ist doch extrem geil gerade. Aber hier ist nichts, du. Als wenn hier leer gefickt wurde, du. Schöne nicht. Meinst du, hier sind immer noch 20 Leute drauf? Weiß ich nicht. Tomatensaft. Mir ist hier nix. Mir ist auch nur Essen. Tomatensaft. Ja. Tomatensaft. Geh mal hinten rechts zur Feuerwehrstation, ne? Ja, geh mal zur Feuerwehrstation. Fighty Trees. Auch irgend so ein Saft oder so. Ich komm dir gleich nach, ne? Ja. Ich müsste eigentlich noch ungefähr wissen, wo das war. Was haben wir da? Wasser, ganz normal. Red Bull nehm ich mal mit. Sieht jedenfalls aus wie eins. Tumfisch. Peace. Okay, das war's. Ja. Und wir hier. Wir sind auf jeden Fall jetzt gleich schon bei 40 Minuten. Puh. Eine 40 Minuten Folge ist schon recht heftig. Ja. Ey, aber eine erste Folge würde ich, nicht? Ja, eine erste Folge macht man immer so lange. Ja. Passt schon. Das Spiel macht ja auch Spaß und ist aufregend und so. Man rüstet nicht auf, nicht? Ist das nicht normal? So. Johnny, ich hab meinen Police-Baten in der Hand. Nicht erschrecken, ne? Hab ich auch einen gefunden gerade. Cool. Ist in der Feuerwehrstation noch irgendwas nützliches? Weiß ich nicht. Hab nichts mehr gefunden. Ich bin jetzt vor. Ich komm jetzt rein. Leil. Da war das voll hell, Mann. So, ich hab auch. Oh, da bist du, ne? Ja. Leil. Voll den... Hast du einen roten? Wie... Dings jetzt auf? Der hat schon vorher an. Der sah so schwarz aus. Ne. Echt jetzt? Der sah wirklich schwarz aus. Liegt nichts Besonderes. Hab ich denn alles durchgeguckt, ja. Nix, ja? Ne. Schade, ey. Wirklich schade. Obwohl die Zelte so porno-mäßig aussehen, oder? Ja. Ich guck mal bei... Capital Munch. Oh, ja. Ich nimm mal das Parkplatz mit, ne? Ja. Achso, nee, da hab ich... Da hab ich vorhin. Da war ich, glaub ich, vorhin. Du. Sicher? Ja, da war ich vorhin, glaub ich. Auf jeden Fall war da alles voll. Wenn du was haben möchtest, sag Bescheid. Was, äh, am Trinken oder Essen jetzt. Richtig, da ist weg. Na, sag ich ja. Ich hab alles eingesackt. Arsch. Ich hab aber auch wirklich alles voll. Arsch. Oh Gott, oh Gott. Hide. Man kann sich alles selbst bauen, ja. Large Fat Candle. Rock. Campfire. Sand. Ich würd sagen, lass uns treffen, oder lass mal die erste Frage beenden. Lol, ich wurde angeschossen. Wie? Pascal, ich wurde angeschossen. Ich komm in diesen, ich komm in diesen Dings rein, wo du gerade warst, okay? Capital Munch? Ja, ja, ich wurde angeschossen. Ich bin hier in einen Raum mit meiner Schrot. Ich muss mich heilen, ich blute. Ich wurde mit dem Bogen. Ich bin drin. Okay, ich pass von außen auf, dass einer reinkommt. Du bist drin, ne? Ja. Einer ist außen, ich seh den. Der kommt von hinten rein. Wie kann man seine Waffe ziehen? Der hat eine Axt in der Hand. Wie kann man seine Waffe ziehen? Ich messer den. Der kommt von hinten. Der kommt rein. Der kommt rein. Ich hab ihn. Was? Der hat mich getötet. Der hat mich getötet. In zwei. Der hat mich getötet. In drei. In drei. In drei Stück. Liebst du noch? In drei Stück. Liebst du noch? Hat er Hunger? Ja. Die machen dich jetzt eh weg. Die machen dich jetzt eh weg. Kannst schon mal Arvidetsche sagen, ne? Möskisch und Leck, Alter. Du bist schon so gut wie down. Oh, oh, oh. Da kam er da rein mit Taschenlampe. Ich dachte, er hat nur eine Taschenlampe in der Hand. Nein. Natürlich hatte er noch was anderes in der Hand. Oder war noch einer, du? War er zwei oder drei? Drei. Oh, wer fließt. Ja, verrückt, sag mal. Schade, wir waren so gut bequippt, ne? Ja. Also ich jedenfalls. Und du ja auch. Und naja, du lebst noch, oder? Fuck, Alter. Liebst du noch nahe, ne? Ja, doch, doch. Ich lebe noch. Ich hab mich in einem Busch versteckt. Die haben gerade zu mir gesagt, don't move, don't move. We shoot. Haben die gesagt. Wir sind einfach weitergelaufen. Und das hat die E-Kanzen. Die haben mich so oder so getötet. Du, die haben mich einfach so getötet. Du. Einfach so. Haben die mich angeschossen. Ich stand da, hab gerade gecraftet, du. Das waren aber auch Deutsche. Ich hab mich zu sicher gefühlt, oder? Ja, glaub ich schon. Schade. Ich hab nur einen gesehen. Auf einmal steh ich da rein. Alter, sind da drei Leute hinten. Ja, ich weiß nicht von wo oder so. Ich guck nachher auf jeden Fall in die Aufnahme rein. Als Spieler sieht man das ja nicht. Die waren doch schon drin gewesen. Zwei Stück. Ja, ich bin reingelaufen. Und dann sind die mir wahrscheinlich gleich hinterher. Krasse Scheiße. Die sind mir dann sofort hinterher. Voll die Hetzjagd. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, ich bin down. Also, ich bin wieder gespawnt und hab nix. So, muss ich die Folge jetzt beenden? Ja, wir beenden die Folge auf jeden Fall. Okay. In der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall wiedergefunden haben für die Zuschauer, oder? Ja, das ist auf jeden Fall. So, dann möchte ich mal sagen, ich hoffe, es hat das Video bis dahin gefallen. Die spannenden Action, was wir bis hier alles erlebt haben. Zusammen, ne? Oder, Thomas? Oh, yeah. Ganz toll. Thomas, ja. Du bist mit dem Auge davongekommen. Mit dem guten, ne? Oh, Mann. Ne, ich hoffe, dass ihr dann in der nächsten Folge dann wieder einschaltet. Wer dann nicht recht, ne? Bei Johnny's on Play. Ja. Haut rein, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.